so dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um gut viel umschauen brauchen... wieso krieg ich jetzt angezeigter trotzdem hier ok wir gehen noch mal zu uns nach hause scheinbar warte ich krieg das bloß angezeigt als opas haus oder wie ok so wir speichern noch mal gehen mal hier rein in deinem zimmer auf das mädchen warten dann warten wir mal und warten weiter na kore na komo schotte Ah, das ist das der Schlauch. Das ist ja. Elementen zu der Schlauch mit Zettung und Erachtete auch der Schlauch und erachtete Kraft zu dem starken. Das ist das Schlauch. Was ist das Schlauch? Soll ich ist dann... Ah, ja. Es ist nicht so, dass wir uns nicht sehen. Hör auf, Herr Hörer! Das ist für mich. Ja... Na, ich kann nicht so, dass du sie nicht verabschiedet hast. Das ist doch... Aber sie ist sehr lang. Ich gucke mal. Hm... Ich hab's Spaß gemacht... Ah, aber... ... ich hab immer noch jemanden gesehen... ... und... ... was... was entschuldigung ich glaube ich werde ohnmächtig was ist die so ich bin ww bist in 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 Hey, was du in der Stadt der Stadt? Ich bin der Stadt der Stadt der Highlanden. Lady Lake. Lady Lake? Das ist ein Wettbewerb? Ich weiß es? Es gab die Tänikken-Ven-Lok. Die Wettbewerb des Wettbewerbs zu retten, die die Wettbewerbs zu retten. Ich habe eine Unterrichtung von der Gitarre, die zu dem Stoen ausgewählt. Es ist ein Fisch, von dem Stoen zu erwarten, der Geist und den Geist und der Geist und der Geist und der Geist. Ich habe mich sehr, was mir verletzt. Ich habe mich sehr, was die Geist und der Geist. Es ist ein Schädel. Die Geist und der Geist sind so sehr hart. Was ist das Problem? Jagen? Gejagen. Finde ich gut. Ich mag Jagen. Michael! Sie sind sicher, wenn ich meine Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre-Gitarre. Das stimmt. Ich wollte mich nicht so machen. Ich will mich nicht mehr an den, Halt. Ich bin mir so ein Schaum. Also, ich bin mir gut. Ich bin mir wieder. Ich bin mir wieder. Das ist es auch so, wie ich mir dabei bin. Das muss sehr, sehr merkwürdig sein, jemanden so beim Reden zuzuhören. Links vom Tor hat er gesagt, ne? Geh zum Wald östlich des Dorfes. Das ist kein Wald, oder? Ja, obwohl doch, wenn man es so sieht, ne? Norden, gut, gehen wir auch hier rein. Das ist ein Wald. Da ist zumindest ein Schweinchen. Da ist zumindest ein Schweinchen. Das ist auch ein Schweinchen. Das ist auch ein Schatz. Ich bin ein wenig interessiert, aber... Ich bin ein wenig interessiert. Ich bin ein wenig interessiert. Ich bin ein bisschen interessiert. Okay, dann hauen wir mal die arme Zau platt. Ah ja, so kann man das festhalten. Wollte mal gucken, hier ist so, hier kann man die Gegner auswählen. Ah ja, und hier kann ich freilaufen, sehr schön. Hatte ich noch nicht ausprobiert, wollte ich jetzt mal testen. Oh, das war's schon. Sperrwaffen sind cool. Stachelschweinhaut, dreimal. Erfahrung 72, immer noch kein Geld bekommen. Okay! Okay! Es ist noch ein paar Sachen, oder? Ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich gut finde. Was ist denn hier? Da hören wir wieder eins. Ach, diese falsche Taste, immer diese Abwehrtaste. So macht man das. Hier und zack, weg ist er. Wunderbar, nochmal Stachelschweinhaut. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? Sammel 8 Fell. Ah ja, das haben wir jetzt schon fast. Komm, wo ist die nächste Sau? Da halt Schweinchen. Oink, 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 oink. Wo seid ihr denn? Ach, guck mal, da kommt einer raus. Oink, oink, hat geholfen. Ich bin irgendwie die Kameraeinstellung gern weiter weg. Ist mir fast zu nah, muss es sein. Nicht, okay, wenn ich das Geduld halte, funktioniert es nicht. Zack, weg ist er. Ja, erledigt. Wunderbar. Sammle 8 Fell und, äh, und geht zurück nach Hause. Okay, wir haben... Wir haben doch 8 Fell, oder bin ich jetzt falsch? Ach nee, wir haben bloß 7. Schau dir das mal an. Ja, aber sie ist doch echt ein Stachelschwein abgehauen. Das ist eine Truhe. Schweinchen! Mal ein bisschen abwehren, will ich mal testen. Okay, Schnellschritt. Habe ich auch mehrere? Ah ja. Muss man ja alles mal getestet haben. Noch geht das an diesem kleinen Gegnern. Ich bin noch nicht! Hm, wenn ich das so kacke, dann ist es gut. Ach, was ist das? Alles klar. Ich kann auch die Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke und die Kacke. Ich werde dir helfen, was von was. Dann gehen wir heute mal zurück. Mir gefällt das Grafik, die Kampfe... der... 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 der Kampfverlauf gefällt mir. Der Storyverlauf ist bis jetzt sehr interessant. Ähm... Ja, ist doch schon ein schönes Spiel. Und ich finde das toll, dass ich das aufnehmen kann, weil... ...ich kann dann während ich spiele mal mit... äh, mit jemandem quatschen. Na, wie viel Lady Rake ist? Ja, genau... ...dann 2, 3 Tage... ...ich kann dann... ...Tiger? ...zudenn das war es. Aber... ...dann nicht so viel mit der Eindrücke ist, dass wir die Angelegenheit nicht klar sind. Das ist die Angelegenheit. Ja, das ist der Angelegenheit. Wir müssen sehr hoch über den Bergen Über den Wolken sein Also ich stelle dich gerade fest Also keine fliegende Insel Sondern Berggipfel Auch sehr schön So wo müssen wir hin? Zu meinem Haus Wie immer ihr kennt es ja Einmal speichern bitte Geht ja schnell Geht ja schnell Wir spielen erst eine Stunde Ja kann hinkommen Dann haben wir noch einen Ich bin ein Mensch, aber ich bin ein Mensch. Aber ich bin nicht mehr, dass ich jetzt nicht mehr Zeit für die Welt. Ich habe schon seit Jahren gesehen, dass die Welt nicht mehr als Schmerzen sind. Schmerzen? Ich weiß nicht, was ich? Ich glaube, dass es nicht möglich ist, dass es nicht möglich ist, dass es nicht möglich ist. Die Welt versinkt im Chaos und wir wissen nichts davon. Ja komm, wir können eigentlich direkt anfangen. Ja komm, wir können jetzt wiederholen. Das war's für heute. Ich wollte noch ein bisschen sagen, was ich für ein bisschen bläm-bläm In den Garten rein? Hier ist es wahrscheinlich in den Garten. Wenn hier jeder sein eigenes Haus hat, finde ich, fast es sind zu wenig Häuser da. Meiner Meinung nach. Hallo Opa. Gigi, ich will morgen ausgehen. Genau. Wir werden alle ausgehen. Es war nicht anders als客人. Da freut er sich. Wir werden alle ausgehen. Nein, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Alisha. Eh? Mein Name ist Alisha Diff. Alisha? Das war ein. Und ich habe mich nicht als ich nicht will. Ich bin ein, der mich damit zu tun. Ich werde dich nicht an die Lieblingsschritte geplant haben. dass ich mich für mein Lieblingsschritte gewaltt habe. Ich habe mich als Frau ein. Wie soll ich mich? Ich werde mich verletzen. Ich denke, dass das ein paar Worte der Gänsehäuser in der Kühne geht. Ja. Die Hülle ist jetzt nicht so wichtig. Das ist ein Liebespiel, dass ich ihn nicht so grundsätzlich hinterlegen. Es ist ein Kind. Du wirst nicht so schlafen. Ich glaube, dass er auch jemand in der Stadt tut. Ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube, dass du schon immer noch ein wenigstenswert hast. Ich glaube, dass du auch eine große Reise im Dorf zu sein hast. Ich werde das Kjennenschein-Rekwunnen geholfen. Ich bin der Kjennenschein-Rekwunnen. Ich bin der Kjennenschein-Rekwunnen. Ich bin der Kjennenschein-Rekwunnen. Ich bin der Kjennenschein-Rekwunnen. Slay, ich möchte mich jetzt überlegen. Wie ist das? Der Mann, das ist sicherlich. Slay, ich glaube, ich bin ein Mensch. Was ist das? Ich habe gesagt, dass ich den Gehirn auf dem Gehirn habe, und ich habe immer noch einen Gehirn auf dem Gehirn gefunden. Dann ist das eine Alisha? Das ist ein Gehirn des Gehirn des Gehirn. Das ist Alisha-Diff. Es ist kein Gehirn. Es ist ein Gehirn. Das war es gut. Gehirn. Ein, was ihr in meinem Bereich? glaube ich? Ich habe einen Gehirn verletzt, zu Beginn des Gehirns. Geh ihr alle, Sie. Ich habe einen Gehirn, den Sie hervor. Ich werde es nicht verletzt. Ich werde es nicht verletzt, weil es ein Gehirn werde. Ich kann mich um den Gehirn zu suchen. Ich werde es da. Ha, was ist denn jetzt los? Ich gehe mal schnell noch speichern. So, einmal speichern bitte. Und dann sollten wir mal in den Wald, in den Wald hat er gesagt, ne? Desuri, den Wald östlich des Dorfes, da waren wir ja schon ein paar Mal. Oh, da hinten ist irgendwas. Ich sehe da hinten irgendwas stehen. Aber was das ist, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also, wir sehen uns dann. Haut rein! We can do it. We can do it. We can do it. Untertitelung des ZDF, 2020